Herr Kossmann, wenn ich Ihnen vor der Partie gesagt hätte, Sie gewinnen heute beim Debüt 6 zu 1 gegen den HC Lugano, was hätten Sie da gesagt? Ja, das glaube ich, habe ich nicht ganz geglaubt, aber ich habe gewusst, die Mannschaft wird rauskommen. Ich habe erwartet, dass wir vielleicht ein bisschen mehr nervös sind und es würde vielleicht ein bisschen Mühe geben, um unser Spiel zu finden, weil Lugano hat auch einen guten Lauf, aber nein, ich bin wirklich glücklich über diesen Sieg. Die Mannschaft hat wirklich gut gespielt und alle haben mitgemacht. Wie war es an der Bande zum ersten Mal als ZSC Trainer? Das zweite Drittel wird Ihnen richtig gefallen haben, oder? Ja, das stimmt. Natürlich, das erste Match ist immer schwierig. Man kennt nicht alle Namen sofort und man schaut und muss immer überlegen, wer ist das wieder und welche Linie spielen zusammen. Es braucht viel Konzentration, jetzt glaube ich, der nächste Match geht es schon besser. Das haben Sie ganz gut hinbekommen mit dem Namen. Dankeschön und alles Gute für das nächste Spiel. Danke.